Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus Spektrumstörung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Ja und das wollen wir auch sofort tun, tatsächlich nach ein paar Wochen Pause, die ich mir hier mal eingeräumt habe, aber es geht auf jeden Fall jetzt wie gewohnt weiter und heute mit einer neuen Fragestellung, nämlich der Frage, wie kommt es eigentlich zu diesen unglaublich späten Autismus Diagnosen, die ja viele, viele Menschen sehr betreffen. Viele Familien sind sehr intensiv natürlich mit den Symptomen und was da so alles zugehört beschäftigt und bekommen eigentlich manchmal viel, viel zu spät die Diagnose. Und woran das so liegt, das wollen wir uns heute mal hier als Thema ranholen und uns mal damit beschäftigen. Und da gibt es natürlich verschiedene Gründe und da habe ich auch sicherlich schon das eine oder andere zu gesagt. In erster Linie haben wir hier oft den folgenden Startpunkt, nämlich, dass viele Symptome gar nicht so gut sichtbar sind. Und vor allen Dingen in den frühen Kindesmonaten und Jahren ist das alles nicht so einfach, denn wir wissen ja auch, dass der Autismus oder die autistischen Anteile ja tatsächlich natürlich von Geburt an vorhanden sind, aber sich im Bereich der Symptome erst in den folgenden Lebensmonaten und teilweise Jahren ausprägen und dementsprechend sind die nicht gleich erkennbar. Und wenn jetzt Eltern zum Beispiel relativ jung sind und ihr erstes Kind haben, dann haben sie natürlich auch wenig Vergleichswerte und können die Entwicklungsschritte ihres Kindes nicht so gut abgleichen mit den Entwicklungsschritten anderer Kinder oder vielleicht sogar den Entwicklungsschritten der Geschwister, an denen man sich dann gut orientieren kann. Das ist aber natürlich bei Einzelkindern dann alles ein wenig schwieriger. Und diese Auffälligkeiten zu beobachten, das verlangt auch schon ein bisschen Fachlichkeit, denn im Zweifelsfall sind viele dieser Verhaltensweisen ja relativ gut erklärbar oder gar nicht so auffällig. Ein paar klassische wären, dass die Kinder sich zum Beispiel sehr stark intensiv mit so Mobiles oder mit Spielzeugen, mit Dingen, die man so über sich hängen hat, beschäftigen. Und das kann man natürlich auch schnell als Elternteil werten als, ja das Kind kann sich gut alleine beschäftigen und ist gar nicht darauf angewiesen, die ganze Zeit bespielt zu werden. Und das kann dann halt schnell als positive Eigenschaft gewertet werden und gar nicht als Indiz dafür, dass hier in der Entwicklung des Kindes etwas auffällig ist. Oft ist es auch so, dass zum Beispiel die Reaktion auf die Eltern nicht so durchschnittlich ist. Das heißt, wenn zum Beispiel die Mutter oder der Vater den Raum betreten, drehen sich die Kinder nicht zu den Eltern. Und das kann man auch schnell irgendwie verwechseln mit zum Beispiel einem Problem des Gehörs. Das wird zum Beispiel ja auch relativ klarkörperlich mit als eines der ersten Gründe ausgeschlossen. Und dementsprechend kann man dann weiter gucken, welche Auffälligkeiten sonst noch zu tragen kommen. Und dann kann man sich relativ schnell schon mal solche Überlegungen machen. Aber hier oft erstmal das Ganze nicht so besonders auffällig. Die Routineuntersuchungen, also die U-Untersuchungen zum Beispiel beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin, auch die zeigen uns nicht immer so hundertprozentig eine gute Tendenz, in welche Richtung das so gehen könnte. Denn viele sind sehr auf Körperfunktion und auf Gewicht und auf Durchschnittswerte, die aber relativ breit in einem Spektrum gefasst werden, definiert. Und dementsprechend ist es dann auch hier für die Kinderärzte während der Untersuchung oft gar nicht so auffällig. Und wir wissen ja, viele Symptome prägen sich halt erst in den späteren Lebensmonaten oder in den späteren frühkindlichen Lebensmonaten aus. Und dementsprechend auch hier oft kein Grund zur Sorge, weil man halt davon ausgeht, dass sich da viel noch in eine durchschnittliche Richtung entwickelt. Jetzt sind wir irgendwann an den Punkt gekommen, wo die Kinder deutlich abweichen von der definierten durchschnittlichen Entwicklung, die man so aus der Medizin sich zurate zieht. Und dann ist es oft so, dass erstmal ein langer Leidensweg startet. Denn die Zeit von ich merke, dass mein Kind irgendwelche besonderen Bedarfe hat bis hin zu wir gehen zum Arzt ist schon mal eine etwas längere. Denn es gibt durchaus auch Abwehrhaltung der Eltern, wie zum Beispiel das Kind möchte noch nicht sprechen oder das hat noch kein Interesse daran zu laufen. So wird es sich oft selber verkauft und dann ist es so, dass man da wieder einige Monate in der Diagnostik verliert. Und was natürlich auch relativ häufig passiert ist, dass man nicht gleich an medizinische Fachkräfte gerät, die einen guten Blick für Autismus-Spektrumstörungen haben, sondern erstmal andere Dinge vermuten. Und das kann dann schon relativ schnell in eine falsche Richtung abdriften und man ist dann mit den falschen Ideen unterwegs und verfolgt die einfach weiter, entfernt sich damit aber weiter von den Autismus-Diagnosen. Es gibt Diagnosen, da habe ich das Gefühl, dass Ärzte manchmal weniger Probleme damit haben, diese zu stellen. Und zwar eine ganze Weile zum Beispiel ADHS, sehr beliebt als auch Fehldiagnose tatsächlich. Auch wenn ADHS ja weiter auch sehr oft sehr verbunden ist mit Autismus-Spektrumstörungen und es da durchaus auch Komorbiditäten gibt. Aber Ärzte haben oft eine ganze Weile lang gedacht, naja, dann ist es halt sowas. Oder es sind Bindungsstörungen auch sehr gerne diagnostiziert. Und dann versucht man erstmal in die falsche Richtung quasi das Kind zu fördern. Oder was heißt in die falsche Richtung? Auf jeden Fall nicht in die spezifische Richtung, die das Kind benötigen würde. So, und jetzt ist es oft so, dass die Eltern sich gut informieren und dann zum Beispiel Menschen wie mich zurate ziehen und sagen, ja, wir beobachten hier ganz viele Symptome, können Sie das mal für uns ein bisschen deuten? Oder können Sie mal sagen, ob das so ins Autismus-Spektrum passt, was wir da so zu erzählen haben? Und dann machen sich oft die Eltern auf den Weg. Aber es ist ein unglaublich schwieriger Weg. Denn wenn erst eine andere Diagnose erstellt worden ist, dann ist es oft so, dass daran sehr lange festgehalten wird und man gar nicht so wirklich überprüft, ob da vielleicht doch was anderes hinter steckt. Ja, und dann sind wir oft in einer Situation, die sehr frustrierend ist für die Eltern und auch teilweise natürlich dann auch jahrelang anhält. Und das kann schon ziemlich schwierig sein. Was dann natürlich passiert oft ist, dass die Kinder halt die anderen Diagnosen kriegen und damit einfach dann auch erwachsen werden und viele, viele Jahre damit leben. Und dann merken wir halt oft, dass diese Menschen irgendwann eine ganz starke Unzufriedenheit und ja, eine innere Zerrissenheit entwickeln, weil sie halt spüren, hier ist irgendwas anderes als das, was mir hier diagnostiziert worden ist, in mir drin. Und ja, oft fehlt es denn hier an einer Identifikation. Und das ist total schwierig für Betroffene. Und ich erlebe halt viele Menschen, die auch im späten Erwachsenenalter dann erst die Diagnose bekommen, dass die so oft sehr erleichtert sind, weil sie schon die ganze Zeit dieses Grundverständnis hatten, dass eventuell eine Autismus Spektrumstörung bei ihnen vorliegt. Und ein ganz großes Problem ist, dass natürlich, wenn in der Kindheit da nicht richtig raufgeguckt wird, dann kommen wir schnell an den Punkt, wo die Diagnostiker gar nicht mehr in die Richtung ausgelegt sind, denn ein Großteil der Diagnostiker in diesem Bereich konzentrieren sich auf Kinder und Jugendliche. Und das ist ja vollkommen logisch, weil die Diagnose ja gerne dann auch irgendwo zwischen dem dritten und fünften, sechsten Lebensjahr gestellt sein sollte, je nach Ausprägung oder je nach Position im Spektrum, in dem sich das Kind befindet. So, und jetzt haben wir das Problem, dass es halt nicht mehr so viele Diagnostiker gibt, sondern man könnte sich fast, also meine subjektive Wahrnehmung, die überhaupt nicht überprüft ist, ist, dass nur so 20 bis 30 Prozent der Diagnostiker sich überhaupt mit dem Thema Autismus im Erwachsenenalter beschäftigen. Die anderen sind tatsächlich sehr, sehr stark im Bereich der Kinder- und Jugendbehandlung unterwegs oder Diagnostik. Und deswegen sind Erwachsene oft aufgeschmissen oder gerade nach der Jugend, so junges Erwachsenenalter und fangen dann natürlich an, ganz viele Anpassungsleistungen zu erbringen. Das heißt, sie versuchen, selber Strukturen zu entwickeln, wie sie sich gut anpassen können, wie sie im gesellschaftlichen Leben gut dabei sein können und wie sie für wenig Irritation sorgen. Und das führt dann dazu, dass sie ihre eigenen Symptome verschleiern. Das heißt, dann sind diese Personen teilweise so gut angepasst, dass die Autismus Spektrumstörung noch schlechter zu erkennen ist und teilweise sind sie so in die falsche Richtung angepasst, dass sie sogar den Eindruck erwecken, sie würden vielleicht sogar eine andere Störung in sich tragen, wie zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen, die dann auch teilweise diagnostiziert werden. Das heißt, mit dem Alter wird es immer schwieriger, eine vernünftige Diagnose zu bekommen. Und deswegen ist es ganz wichtig, im Kindesalter, gerade das gilt für die Eltern, besonders hartnäckig zu sein und sich nicht von jedem Arzt erzählen lassen, da ist nichts, sondern dann auch nochmal eine zweite oder dritte Meinung einzuholen. Und ja, wie macht man das am besten? Und hier kommt jetzt mein Praxistipp zum Ende. Googelt euch Diagnostiker, liest nach, wen es bei euch in der Region gibt und scheut euch auch nicht davor, tatsächlich auch mal ein, zwei hundert Kilometer zu fahren, wenn die nächste gute Diagnostikerin nicht so weit entfernt ist oder ein paar Meter weiter entfernt ist, dann lohnt es sich immer, da auch nochmal zu gucken und da mal hinzufahren. Dementsprechend, ja, informiert euch im Internet, dort findet ihr einige Adressen in eurer Region und dann macht ihr folgendes, ihr lasst euch bei allen diesen Adressen auf die Wartelisten setzen, denn ihr werdet oft zu hören bekommen, naja, von einem halben Jahr gibt es da keine Möglichkeit oder die nächste Möglichkeit besteht erst in zehn Monaten. Dementsprechend lasst euch auf alle Wartelisten setzen und sagt dann halt im Nachhinein ab, wenn ihr die Diagnose irgendwo schneller bekommt, ist das ja überhaupt kein Problem, den anderen Bescheid zu sagen, dass ihr jetzt schon eine Diagnose woanders her habt und dementsprechend sind die dann auch nicht sauer, sondern die sind das sehr gewohnt, weil das natürlich viele Menschen machen, aber seid breit aufgestellt und wartet nicht auf einen Termin, der in anderthalb Jahren ferne liegt, sondern macht das mit ganz, ganz vielen Anbietern, die ihr findet, holt euch da einfach einen Termin und da das ja viele Menschen machen, also mehrgleisig fahren, ist es dann oft so, dass diese Termine relativ schnell dann auch mal in höheren Zahlen abgesagt werden und dann kann es sein, dass bei euch das Telefon klingelt und die Diagnostikpraxis zum Beispiel oder die Klinik sagt, Mensch, jetzt haben wir doch was in sechs Wochen frei, haben sie nicht Lust, da schon mal einzusteigen und das kann ich euch nur empfehlen, also breit aufstellen, schreibt euch auf so viele Wartelisten, wie es nur irgendwie geht und dann erhöht das eure Chance für eine Diagnose relativ gut. So, und das war es jetzt für heute und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt, das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrum-Störung präsentiere und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal, bis dann, ciao.